Ja, wir schließen in der heutigen Vorlesung nochmal an, an Dinge, die Sie bereits kennen, vom Anfang. Da haben wir ja über die Grundlagen besprochen und haben Grundlagen der Sprachwissenschaft betrachtet und waren da auch schon mal in dem Bereich Kommunikation und Zeichen unterwegs. Und um das Zeichen soll es heute auch nochmal besonders gehen. Und Sie wissen ja bereits, das kleinste Zeichen, was wir finden bei unserer Analyse, ist das Morphim. Und das soll heute auch nochmal eine Rolle spielen. Sie erinnern sich vielleicht auch an dieses Schaubild, mit den verschiedenen, das so ein bisschen die verschiedenen Sprachfunktionen auch veranschaulichen will. Und da ist unten schon vom Zeichen die Rede, nämlich das Zeichen, was irgendwie so doppelseitiges Inhalt und Ausdruck hat. Ja, und dieses Zeichen soll uns halt heute näher beschäftigen. Sie wissen auch bereits, dass es da eine besondere Zeichenlehre gibt, die man Semiotik nennt. Und die Semiotik ist, glaube ich, mehr als für die Sprachwissenschaft wichtig, für die Literaturwissenschaft und auch für die Kulturwissenschaft, weil man es da mit verschiedenen Arten von Zeichen zu tun hat. Wir hatten das schon mal kurz angesprochen, da erinnern Sie sich wahrscheinlich auch dran. Also die allgemeine Zeichenlehre unterscheidet drei Arten von Zeichen. Die ikonischen Zeichen, die sich auch als Abbild bezeichnet. Die indexischen oder indexikalischen Zeichen, die auch als Anzeichen bezeichnet werden. Und die symbolischen Zeichen, die oft als arbiträr konventionell bezeichnet werden. Das haben wir schon gehabt. Und ich hatte auch schon kurz die Beispiele angesprochen. Hier haben Sie sie nochmal etwas ausführlicher. Ein typisches ikonisches Zeichen ist eben die Landkarte. Und da gibt es eine Ähnlichkeit. Man versucht hier tatsächlich so Berge und Täler und so abzubilden und Wasser und Land und so. Und es besteht da irgendwie eine Ähnlichkeit. Die Farbe des Eises, die Farbe des Wassers hat irgendwas auf der Karte zu tun mit der Farbe der Wirklichkeit. Und deshalb ein Abbild der Wirklichkeit. Und wenn sich in der Wirklichkeit etwas ändert, passt sich eben möglicherweise das auch im Zeichen. Da muss angepasst werden. Und man muss dann halt eine neue Karte machen. Aber Sie wissen natürlich auch schon, dass das nie so ganz nur ein Abbild ist. Sondern dass da entsprechend eingegriffen wurde. Ganz bekannt ist die Geschichte ja mit den Projektionen, wo man halt die Karten unterschiedlich darstellen kann. Da ist dann Europa meistens größer, als es wirklich ist. Kann man hier vielleicht auch so ein bisschen schon erkennen. Ja, dann gibt es halt hier auf der Karte Dinge, die man in der Natur findet. Aber auch Dinge, die nicht unbedingt in der Natur zu finden sind. Wie zum Beispiel Staatsgrenzen. Also die ganze Sache, wenn man näher einsteigt in das einzelne Zeichen, wird deutlich komplexer. Da haben wir nicht nur das Abbild der Wirklichkeit, sondern einmal nochmal Abbildungen von politischen, also abstrakten Gegebenheiten wie Grenzen. Gut, die treten manchmal auch relativ konkret in der Scheinung, aber sind eigentlich erstmal abstrakt. Und dann die Geschichte mit den Projektionen, die nicht ganz so viel mit der Wirklichkeit zu tun haben, sondern eine zusätzliche Abstraktion bietet. Ja, hier haben Sie auch nochmal ein ikonisches oder zwei ikonische Zeichen. Also diese Emoticons für Pferde, da gibt es diese zwei, die haben eine Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit. Jedenfalls werden Sie unschwer erkennen können, dass das Pferde sind. Aber eben, da ist auch so eine gewisse Abstraktion da drin. Und ja, das zeigt, dass beim ikonischen Zeichen immer eine Mischung ist. Also es gibt einen Zusammenhang zur Wirklichkeit, aber der kann sehr entlegen sein. Also in der Kunst zum Beispiel ist das mehr oder weniger entlegen. Klar, Sie haben hier auf der einen Seite das Porträt einer Person, auf der anderen Seite das Selbstporträt, also das Selbstporträt von Leonardo da Vinci auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Porträt, das Leonardo gemalt hat, als er noch jünger war als auf dem Selbstporträt. Nämlich das Porträt von Lisa del Giocondo, das dann eben La Gioconda heißt oder im Vornamen orientiert Mona Lisa. Mona ist so eine toskanische, dialektale Form für die Anrede, was ähnliches wie Frau, also Frau Lisa. Ja, und da gibt es möglicherweise Ähnlichkeiten zu dieser Frau auf dem Bild. Denn wenn das Porträt ganz anders wäre als die Wirklichkeit, hätte Leonardo das nun nicht unbedingt verkaufen können. Also, wie gesagt, es besteht ja mit Sicherheit eine Ähnlichkeit. Mit der Landschaft im Hintergrund sieht sie schon anders aus. Die ist, wie man annimmt, eine Fantasielandschaft. Und da gibt es da sogar keine Wirklichkeit. Also auch das mit dem ikonischen Zeichen ist immer so ein Problem, wie man hier nochmal sehen kann. Und natürlich, wenn Sie in die abstrakte Kunst gehen, ist das mit dem Abbild schwierig. Also, Kandinsky, das jüngste Gericht, ja, das jüngste Gericht, was bleibt da noch? Na, irgendwas muss das mit dem jüngsten Gericht zu tun haben, aber das ist nicht so leicht zu entschlüsseln. Und dennoch fragt man, das ist ein Abbild von einem imaginierten jüngsten Gericht. Gut, Sie sehen also, wenn man genauer einsteigt in die Welt der Zeichen, wird es kompliziert. Ist das alles nicht mehr so einfach. Gut, jetzt können wir zu den indexischen Zeichen gehen. Den Anzeichen sieht es einfacher aus. Zunächst mal zumindest. Wir sehen Rauch und wissen, da brennt doch was, da ist bestimmt Feuer. Naja, die anderen Beispiele habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon vorgeführt. Pfeifen des Wasserkessels, kochendes Wasser oder die Symptome. Man hat irgendwo Schmerzen und das weist auf eine Krankheit. Denn allerdings weiß man natürlich auch aus der Medizin, dass die Symptome nicht immer leicht zu klären sind. Also, die sind ein Anzeichen, aber oft weiß man nicht wofür. Und dann gibt es natürlich auch noch mal Symptome, die für gar nichts stehen. Also, indexische Zeichen sind zwar nicht ganz so problematisch wie die ikonischen, aber sind auch nicht ganz unproblematisch. Ja, und dann kommen wir zu den Zeichen, die jetzt am nächsten dran sind an der Sprache. Ja, das sind symbolische Zeichen. Und hier habe ich mal ein Foto aus dem Baskenland gemacht. Einige sind schnell zu entschlüsseln. Dass man da nicht rauchen soll, dass man das Licht ausschalten soll, dass man nicht mit dem Handy telefonieren soll. Aber dann kommen so Zeichen, die sind nicht so leicht zu entschlüsseln. Was soll dieser Schlüssel da? Also, gut, steht daneben zum Glück. Also, den Motor ausschalten, aber so richtig gelungen ist dieses ikonische Zeichen nicht, den durchgestrickenen Schlüssel. Und das Radio, naja, wenn das sich daneben stünde, würde man das nicht erkennen, was das ist. Also, Sie sehen, die symbolischen Zeichen sind problematisch. Dann gibt es welche, die sind international konventionell festgelegt. Da sind wir natürlich bei dem Punkt der Konventionalität. Also, hier ist nicht so viel Konventionalität. Auf der linken Seite vielleicht schon, auf der rechten Seite weniger. Da erkennt man mehr so das Willkürliche. Hat da irgendwas genommen? Und hier haben wir natürlich auch eine gewisse Willkürlichkeit, aber wir erkennen das, weil diese Zeichen international standardisiert sind und weil wir in der Regel Verkehrserziehung über uns ergehen lassen und uns deshalb klar ist, was die Zeichen bedeuten. Also, klar, Vorfahrtgewehren, wir haben ein Verbot der Durchfahrt für Landmaschinen offenbar und das ist ein Umleitungszeichen für LKW. Ja, also wie gesagt, kann man relativ schnell erkennen, was diese Zeichen bedeuten, weil sie eben standardisiert sind und weil das vermittelt wird. Also, diese Konvention wird allen mitgeteilt durch den Verkehrsunterricht und dann weiß man ungefähr so weltweit Bescheid. Also, die Verkehrszeichen sind ja international relativ einheitlich. Auch nicht ganz, da gibt es so gewisse Schwankungen. Da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. So, und ich habe jetzt für Sie ein Zeichen entdeckt in den Räumlichkeiten der Freien Universität Berlin. Und ja, das ist wenig hilfreich. Was soll uns dieses Zeichen sagen? Also, Vorsicht, Fußgänger könnte sein, die gehen da irgendwie. Irgendwie sowas. Aber da ist irgendwie, diese eine Person fasst die andere Person an. Auch komisch, vielleicht Vorsicht für Anfassen. Man weiß es nicht genau. Auch hier funktioniert dieses Arbiträre, symbolische, also Arbiträre heißt willkürlich, dieses willkürliche Zeichen, vor allen Dingen dadurch, dass es erklärt wird. Es steht nämlich darunter, dass es erklärt wird. So ein paar Sachen sind natürlich konventionell. Also dieses Dreieck auf der breiten Kante steht natürlich für Vorsicht. Und hier erfahren wir dann erst durch den Text, wovor man Vorsicht behalten lassen sollte. Hier steht es, Vorsicht, wandelnde Paare, bitte Vorlauf gewähren. Vorsicht, wandelnde Paare, bitte Vorlauf gewähren. Wenn man den Kontext nicht kennt, ist das sehr seltsam. Auch mit der Erklärung. Ich kann Ihnen das kurz erläutern. Da werden Experimente durchgeführt. Da geht es um medizinische Experimente vor allen Dingen. Und da werden halt Leute tatsächlich geführt über eine gewisse Strecke, um zu sehen, inwiefern die den Weg finden oder nicht den Weg finden, wenn sie verschlafen sind oder möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten oder ähnliches. Also da gibt es eben so eine Versuchsanordnung, wo Leute so einen Pfad entlang gehen müssen. Und da soll natürlich niemand umherlaufen und diese Leute stören. Und es soll eben bitte Vorlauf gewähren. So ähnlich wie die Verkehrszeichen hier, die eben manchmal schwer zu entschlüsseln sind, gibt es auch noch Piktogramme. Und ja, auch da, obwohl wir das jetzt nicht vermittelt bekommen durch irgendwie eine Verkehrserziehung, erschließen sich uns diese Piktogramme eigentlich sehr leicht. Also hier dürfte es sich um eine Darmentoilette handeln. Das ist der Weg zum Notausgang, beziehungsweise der Notausgang selbst. Und da haben wir irgendwie Gefahr durch radioaktive Strahlung. Und da soll man auch weglaufen. Und hier sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Also wir erkennen dieses Zeichen, weil wir das Symbol für die Radioaktivität kennen. Der Totenkopf ist klar, der bedeutet für uns, da ist Lebensgefahr. Und das Wegrennen kennen wir aus dem Notausgangsschild. Also kein Problem. Das Problem, was sich nun stellt, ist, dass atomarer Müll ja noch sehr lange Strahlen wird. Unter Umständen Millionen von Jahren. Und den muss man irgendwo ablagern, wenn man den nicht vernichten kann. Und die Frage des Endlagers, was ja immer diskutiert wird. Und da scheint ja nun sich eine Lösung anzubahnen. Also zumindest die Finnen wollten ja bereits ein Endlager in Betrieb nehmen. Das wird jetzt wohl auch passieren in absehbarer Zeit. Und da kann dann eben der Atomüll lagern. Wie gesagt, wahrscheinlich für Millionen von Jahren. Dieses Endlager ist ziemlich tief und ist in Granit. Und hat damit auch entlegen und hat damit auch den Vorteil, dass man das nicht wieder rausnehmen muss, sondern da tatsächlich belassen kann. Jetzt ist aber die Frage, ob zukünftige Menschen verstehen, dass da Atomüll lagert und dass es da Gefahr gibt. Also wir verstehen das noch, aber jetzt gehen sie mal ein paar hunderttausend Jahre in die Zukunft. Es ist die Frage, ob das dann noch verstanden wird. Und da ergibt sich natürlich ein Problem. Und da hat sich tatsächlich sogar ein ganzer Wissenschaftszweig entwickelt, die sogenannte Atom-Symbiotik, wo man halt sich Gedanken gemacht hat, wie man solche Endlager kennzeichnen kann, damit die Leute immer noch wissen, selbst wenn viel Zeit vergangen ist, was da liegt. Das ist wirklich ein Problem. Denn ich meine, wir haben das heute mit Kulturen zu tun, die noch nicht so lange vergangen sind, wie der Atommüll strahlen wird. Und wir können sie schon nicht mehr verstehen. Also was die Etrusker geschrieben haben, ist praktisch unverständlich. Und das ist noch nicht so lange her. Da reden wir von 3000 Jahren. Und ja, wir können es nicht verstehen. Und diese Problematik stellt sich natürlich, wenn wir dann von 30.000 oder 300.000 Jahren sprechen. Und da gibt es eben, wie gesagt, Ideen. Hier sehen Sie das. Das ist so eine Anlage, wo eine Endlagerung ist. Da hat man halt sich eben schon überlegt, dass man schon an der Anordnung Dinge erkennen kann, dass da eben gleich Dokumente am Anfang zu finden sind und solche Stehlen, wo dann nochmal eingeritzt ist, dass das hier gefährlich ist. Naja. Und dann hat man da sich auch bestimmte Bildchen überlegt, die man da hinmalen will, um zu zeigen, dass es da wirklich gefährlich ist. Die Frage ist nur, wie werden diese Bildchen dann später interpretiert? Die könnten dann eben noch falsch interpretiert werden. Und dann wird dann gesagt, ah ja, irgendwie so eine Kultstätte, so wie Stonehenge oder so. Und dann wird möglicherweise dieses radioaktive Material freigesetzt. Das ist eine Frage, wie man das wirklich verhindern kann. Sie sehen, die Semiotik hat durchaus Anwendungsfälle, die über das rein geisteswissenschaftliche hinausgehen. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie Quatsch, den ich Ihnen hier zeige, sondern da sind wirklich hochbezahlte Menschen zugange, sich solche Dinge zu überlegen. Gut, jetzt kommen wir aber zur Sprache. Auch da symbolische Zeichen. Hier haben wir einmal Französisch, Schwall und einmal Deutsch, Pferd. Und da haben Sie dann auch nochmal das in grafischer Form, Schwall und Pferd. Das sind diese symbolischen Zeichen. Und das Ganze wird gerne in einem Zeichenmodell dargestellt. Hier ist dieses Zeichenmodell. Auf der einen Seite haben wir das Lautliche oder dann eben auch das Grafische unten hier dargestellt und oben die Idee als Bild. Und zwischen der Idee oben und dem Ausdruck, zwischen Inhalt und Ausdruck besteht eine Wechselbeziehung, was hier durch die Pfeile angedeutet wird. Ja, und dieses Zeichenmodell stammt von Ferdinand de Saussure, da haben Sie ihn, der als der Begründer der strukturalistischen Sprachwissenschaft gilt oder überhaupt als Begründer des Strukturalismus. Und er nennt die Ausdrucksseite des Zeichens Signifié und die, Entschuldigung, die Ausdrucksseite nennt er Signifiant, die ist unten, und die Inhaltsseite Signifié. Also Signifiant, das Bedeutende und Signifié, das Bedeutete, wenn Sie so wollen. Und das Zeichen ist eben genau dieses, das etwas für etwas anderes steht, nämlich ein Ausdruck für einen Inhalt. Der Inhalt ist hier als Bildchen dargestellt, das macht er auch so. Und auch das auch mit einem Baum, ich habe jetzt hier das Pferd genommen. Ja, das Ganze, also er stellt das, wie gesagt, mit einem Bäumchen und dem Wort Arbre da, stammt aus seinem Hauptwerk, dem Cours de Linguistique Générale, Deutschlands, glaube ich, Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft, von 1916. Und wie Sie an den Lebensdaten entdecken, ist das Buch erst erschienen, nachdem er gestorben war. Saussure hat Vorlesungen gehalten und seine Schüler haben dann mit den Mitschriften seiner Vorlesung dieses Buch herausgegeben, was sehr nachhaltig dann gewirkt hat. Und ein wichtiger Gedanke ist eben genau dieses Zeichen. Ja, da haben Sie es nochmal. Saussure spricht auch von Image, Akustik, also Lautbild, wenn es um Vincinifian geht. Und genau genommen ist das Zeichen die Verknüpfung nur von Idee und Idee, Inhalt und Ausdruck. Das das Ganze muss dann noch realisiert werden, zum Beispiel lautlich oder schriftlich, da hier eine Stelle und diese Idee muss sich auf irgendetwas in der Wirklichkeit beziehen. Und da habe ich jetzt nochmal das Pferd dahin gemalt mit dem anderen Emotikum. Also Inhaltseite referiert auf irgendetwas in der Wirklichkeit und die Ausdrucksseite, die wir im Kopf haben, muss dann noch realisiert werden, lautlich oder eben schriftlich gerade. Ja. Und jetzt gibt es noch ein Konzept, was ich Ihnen hier auf der Folie ein bisschen unterschlagen habe, was wir aber auf jeden Fall hier nochmal besprechen müssen. dieses Zeichen referiert zwar auf die Wirklichkeit, aber es entsteht nicht aus der Wirklichkeit, sondern es entsteht in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit im Zusammenhang mit anderen Zeichen. Denn wie die Wirklichkeit letztlich versprachlicht wird, ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich. und deshalb ist das Zeichen dadurch definiert, was es nicht ist. Es steht in Konkurrenz zu anderen Zeichen oder nicht in Konkurrenz, dass wir sagen, in Opposition zu anderen Zeichen. und aus dieser Opposition kann man die eigentliche Bedeutung erschließen, die er Valeur Wert nennt. Sie haben eine Frage? Ja, Sie haben Ist Referent also das Pferde um das, was es in Wirklichkeit ist? Ich glaube, das sieht so aus. Nein, nein. Also, Sie wollen wissen, ob dieses Pferd da draußen das ist, was es in Wirklichkeit ist. Das Zeichen verweist auf die Wirklichkeit, also referiert, das heißt Referent, verweist auf die Wirklichkeit, ist aber unabhängig davon zu sehen. Denn wie die Wirklichkeit versprachlich ist, ist von der Sprache abhängig und nicht von der Wirklichkeit. Wir können mit der Sprache als Instrument auf die Wirklichkeit verweisen. Also, stellen Sie sich vor, hier sehen wir eine Tafel und ich kann mit dem Wort Tafel auf diese Tafel verweisen. Nicht alleine mit dem Wort Tafel, aber ich sage diese Tafel und dann wissen Sie, das ist gemein, was dahinter ist. Oder ein Tisch, hier haben wir noch einen Tisch. Aber durch das Wort hier und dieser Tisch kann ich jetzt auf diesen Tisch verweisen. Aber das Wort Tisch existiert unabhängig hiervon. Und das Wort Tisch ist nur in der Sprache. Und die Sprachen richten sich die Zeichen unterschiedlich ein. Da gibt es einen Besuch zur Wirklichkeit, aber der ist dann nicht immer der Gleiche. Also, ein schönes Beispiel, wenn wir die romanischen Sprachen mit dem Deutschen vergleichen. Im Deutschen haben wir das Wort Blume und an der Blume ist dann noch die Blüte. Also, wir haben Blume und Blüte. In romanischen Sprachen, zum Beispiel französisch, ist Fleur. Fleur ist Blume und Blüte. Je nach Kontext. Also, das gleiche Wort für etwas, was in der anderen Sprache zwei Vater sind. Jetzt werden sie natürlich sagen, wenn sie vom Deutschen her kommen, ja, es sind doch unterschiedliche Dinge, Blüte und Blume. Wenn sie aber vom Französischen her kommen, würden sie das nicht sagen. Dann sagen sie, Fleur, klar. Fleur ist das, was da blüht und da hängt dann Stängel und anderes dran. Aber, klar, das ist Tag und Nacht. Wenn sie Tag sagen, dann meinen sie manchmal den Tag im Gegensatz zur Nacht oder aber auch mit Tag, Tag und Nacht zusammen. In den keltischen Sprachen wird, oder auch im Baskischen, ist die Nacht das Wichtige und der Tag hängt dann ein bisschen mit dran an der Nacht. Also, wenn sie heute sagen, auf Baskisch sagen sie heute Nacht, meinen aber jetzt diese Stunde, weil Nacht das Ganze die 24 Stunden umfasst, während auf Deutsch Tag die 24 Stunden umfasst. Also, Sie sehen, die Sprachen sortieren sich da etwas unterschiedlich. Oder noch ein anderes Beispiel, der, es ist auf Englisch, es wird sehr kompliziert, wenn wir in die romanischen Sprachen gehen, der Turm, auf Englisch, Tower, aber der Glockenturm, der irgendwo angebaut ist, irgendwie nochmal auf dem Gebäude oben drauf, der heißt auf Englisch Belfry, auf Deutsch würde er auch Turm heißen. Und jetzt nehmen wir das Italienische, da ist der Turm, Torre, aber der Turm an der Kirche oder neben der Kirche, der ja dann auch meist gesondert steht, wo die Glocken drin sind, der heißt Campanile. Also auch da wird die Wirklichkeit anders aufgeteilt. Dieser Unterschied wird im Deutschen nicht gemacht, im Englischen auch nicht. Im Englischen ist der Unterschied, ob es angebaut ist oder nicht angebaut. Und im Italienischen ist der Unterschied, hat er Glocken oder hat er keine. Also wenn er keine hat, ist er kein, wenn er Glocken hat, ist er ein Campanile und kein Torre. Also wie gesagt, da gibt es dann von Sprache zu Sprache gewisse Unterschiede und möglicherweise kann ich dann doch auf das Gleiche referieren. Also wie gesagt, mit Fleur im Französischen oder Flore oder Flore aus Spanisch kann ich auf die Blume oder die Blüte referieren. Im Deutschen müsste ich mich dann entscheiden. Ja, also wie gesagt, das Zeichen ist irgendwie autonom. Das ist eben der Gedanke von Saussure und um die genaue Bedeutung herauszufinden, muss ich eben gucken, was das Zeichen nicht bedeutet. Das heißt, ich muss das gesamte Lexikon anschauen und gucken, in welchen Beziehungen die Zeichen zueinander stehen. Und das ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Ja, gut, dann kommen wir nochmal zu diesem Modell. Dieser Rahmen, der so wie im Hintergrund verschwindet um unser Kommunikationsmodell, der ist eben wichtig, weil er die gemeinsame kognitive, artikulatorisch-perzeptive Basis darstellt und eben auch das Weltwissen darstellt und das gemeinsame, die gemeinsame kognitive Basis und das gemeinsame Wissen, wir Weltwissen geschrieben, eigentlich ist, ja, also das Wissen, was sich die Sprecher teilen, ist eben ganz wichtig, damit wir diese Zeichen eben auch richtig interpretieren können. Ja, wenn soweit alles klar ist, dann kommen wir jetzt zum Grammatik-Dingere, denn das wird uns als nächstes interessieren, also was ist Grammatik? Nun, in der Grammatik geht es um zwei Fragen, einmal um den Aufbau und die Form des einfachen Zeichens, das wird behandelt in der Morphologie, in der Phonologie plus Phonetik, Phonologie, Phonetik, das ist hier zusammengenommen, aber wir wissen schon, viel interessanter ist die Phonologie als die Phonetik und die Graphie. Das sind wichtige Bereiche der Grammatik. Früher hat man manchmal die Phonologie und Phonetik extra genommen, aber heute wird das auch als Bestandteil der Grammatik angesehen. Die Graphie hat man auch oft extra betrachtet, aber eigentlich ist das auch Bestandteil der Grammatik. Und dann geht es noch darum, wie man aus den einfachen Zeichen komplexere bildet. Der Aufbau der komplexen Zeichen und dieser Bereich wird als Morphosyntax bezeichnet. Morphosyntax, deshalb, weil es eine Mischung ist aus Morphologie, aus der Formenlehre. Einfache Zeichen, wie es aufgebaut ist, ist natürlich Formenlehre, aber auch dann die Bildung komplexer Zeichen ist Formenlehre und Syntax. Syntax ist eben die Zusammensetzung von Zeichen am Ende der Satzbau. Syntax ist die Lehre vom Satz. erste Stufe der Komplexität. Wenn man die Zeichen zusammensetzt, kommt man irgendwann zu etwas Größerem, dass wir den Satz bezeichnen. Und das wiederum kann man weiter zusammensetzen und dann kommen wir zum Text. Also, wir haben auf der einen Seite das Zeichen selber, das wir uns genauer anschauen müssen und auf der anderen Seite haben wir diese Beziehung von Zeichen zu Größe von Zeichen also der Übergang vom Zeichen zum Text. Ja, also können sozusagen das Zeichen als Grenzen nehmen, das einfache Zeichen, da kann man dann runtergehen, machen Dinge, die unter des Zeichens, also erstmal die Zeichen, die wir vorfinden, die kleinsten Zeichen zerlegen, das sind die Morpheme und dann können wir da drunter gehen, da haben wir dann sowas wie Phonetik, Phonologie oder Graphie oder wir gehen darüber und dann haben wir Morphos Syntax. Ich hatte Ihnen schon gesagt, das nennt sich auf Französisch Double Articulation und man sagt das eigentlich nur auf Französisch. Italienisch könnte man natürlich auch sagen Doppia Articulatione oder Spanisch Double Articulation aber der Terminus wird vor allen Dingen auf Französisch verwendet Double Articulation also auf der einen Seite dass wir die Zeichen zerlegen können in kleineres was dann nicht mehr Zeichen Charakter hat und es geht darum die Zeichen zu größeren Einheiten zusammen zu setzen manchmal wird dann auch unterschieden zwischen Bedeutung und Sinn Bedeutung jedes Zeichen hat eine Bedeutung aber die größeren Zusammenhänge werden manchmal als Sinn bezeichnet und nicht als Bedeutung aber das ist vielleicht nicht wird vielleicht nicht von allen so gemacht also viele Linguisten sprechen dann von einfachen Bedeutungen komplexen Bedeutungen wir werden gleich noch sehen mit den komplexen Bedeutungen das ist auch nicht so ganz unproblemat so wenn wir jetzt Dinge zusammensetzen bekommen wir ja eine Kette und hier geht es um diese Kette wir haben oben eine Kette von Vornehmen also von den kleinsten bedeutungsunterscheidenden Elementen L dann das lange I und das F lief und wir haben unten eine Kette von Zeichen von Prophämen und das kleine Pferd lief schnell und das Ganze nennt man die syntagmatische Perspektive oder syntagmatische Achse der Sprachbeschreibung oder der Grammatik wenn wir also Grammatik uns anschauen dann kann man syntagmatisch vorgehen und die Verkettung der einzelnen kleinsten Einheiten anschauen also bei Niv oben die Verkettung der Phoneme und unten die Verkettung von Morphemen also wir sehen erstmal Wörter das kleine Pferd lief schnell aber da steckt natürlich mehr drin das definiert Neutrum kleine da haben wir klein plus klein Adjektiv in der Grundbedeutung E ist ein Kongruenzufix auch wieder neutrum aber die schwache Deklination kleine sonst ist das Neutrum ja kleines gibt es also Anamorphien Pferd da ist nicht viel verändert Niv da wissen sie auch das ist Laufen im Präteritum da müssen wir das Präteritum dann noch mit sehen und schnell das Adverb das ist wieder natürlich ein Morphem wenn man es nicht weiter zerlegen hat Niv kann man noch weiter zerlegen ja wie gesagt das syntagmatisch heute das eigentlich von links nach rechts so betrachten und das war syntagmatisch das Wort syntagmatisch kommt von dem Wort Syntagma ist aber nicht gleich bedeutend mit Syntagma was ist ein Syntagma Syntagma sind Wortgruppen die irgendwie eine grammatische Einheit bilden also eine sogenannte Konstruktion und das kleine Pferd ist ein Syntagma Nämlich ein sogenanntes Nominal Syntagma aber im Mittelpunkt der Substant steht das Pferd das Nominal Syntagma das kleine Pferd aber diese Blickrichtung so von einem Syntagma zum nächsten oder auch innerhalb eines Syntagmas also von links nach rechts wird syntagmatisch genannt das leitet sich zwar von Syntagma ab aber ist nicht genau dasselbe Syntagma hat eine speziellere Bedeutung das ist eben eine Wortgruppe und Syntagmatisch ist einfach nur die Blickrichtung von links nach rechts bei der Äußerung oder eben wenn sie von rechts nach links schreiben dann von rechts nach links klar also vom Anfang der Äußerung dann immer weiter das kleine Pferd lief schnell oder eben auch hier bei der Lautkarte L langes I F also Lateral Vorderang geschlossener Vokal gerundet lang und F ja labio dentale frikativ stimmlos und das sind hier die Lautkette und das ist eben auch Syntagmatisch und dann gibt es noch eine andere Achse die Paradigmatische da geht es darum was man gegeneinander austauschen kann und ja Syrisch sagt nicht paradigmatisch sondern assoziative Relation assoziative Relation weil das was man austauschen kann eben irgendwie sich assoziativ mit dem anderen zusammenfügt ist nicht so ganz glücklich der Ausdruck assoziativ und deshalb hat man später dafür den Terminus paradigmatisch gefunden also ich kann Pferd durch Ferkel ersetzen das kleine Ferkel lief schnell und das ist dann die paradigmatische Achse also Dinge die ich miteinander austauschen kann die nicht gleichzeitig da sind die aber da sein könnten das ist genau die Idee der paradigmatischen Achse die Austauschbarkeit die ganze Idee mit den zwei Achsen hat Saussure gewisserweise wiederentdeckt denn die Idee geht zurück auf die Scholastiker oder Scholastiker also Philosophen des Mittelalters und die haben sich schon Gedanken gemacht über zwei Arten von Relationen eine Relation in Präsentia so haben sie das genannt also Dinge die gleichzeitig präsent sind und das ist das Syntagmatische und Dinge die nicht präsent sind also die Beziehung zu Dingen die auch sein könnten aber nicht sind Relatio in Absentia heißt das dann bei den Humanisten das müssen sie nicht merken ich will nur darauf hinweisen dass natürlich Saussure einerseits der Begründer der modernen Sprachwissenschaft ist aber andererseits seine Ideen natürlich von Leuten bekommt die schon vorher gearbeitet haben also zum Beispiel seine Ideen über die Phonologie sind natürlich geprägt durch die Arbeiten von von Leuten wie Jan Baudoin von dem wir das letzte Mal schon gehört haben ja austauschen können wir natürlich auch innerhalb der von eben Kette wir hatten vorhin hier lief und das L können wir durch ein R ersetzen dann haben wir rief rief und lief rief Ersetzung vornehmen und dann haben wir dann natürlich auch das paradigmatische da kann man auch von paradigmatischer Arten sprechen ich habe ja einfach mal das L durch ein R ersetzt und das ist eben dann auch paradigmatisch genau also nicht nur auf der Ebene der Morpheme auch auf der Ebene der von Himmel funktioniert das mit dem paradigmatischen so auch hier wieder ein kleiner Hinweis paradigmatisch ist das Adjektiv zu Paradigma aber Paradigma hat ähnlich wie Syntagma eine spezielle Bedeutung also das Paradigma bezeichnet man eine Liste von Flektionsformen wenn ich also sage ich schreibe du schreibst er schreibt dann ist schreibe schreibst schreibt ein Paradigma und das ist eine spezielle Bedeutung und mit dem Adjektiv paradigmatisch wird eben nur gesagt das sind Dinge die man gegeneinander austauschen kann einmal auf der Ebene der Morpheme das sehen Sie hier unten oder eben auch da oben auf der Ebene der Phoneme diese Austauschbarkeit ja also zwei Arten von Relationen oder manchmal sagt man auch Achsen der Sprachbetrachtung oder Perspektiven kann man auch sagen der Sprachbetrachtung der grammatischen Beschreibung kann Grammatik eben syntagmatisch beschreiben geht es darum welche Beziehungen hier zwischen Pferd Kleine und das sind und so und zwischen Pferd und Leaf so das ist alles syntagmatisch und wenn ich betrachte was zwischen Pferd und Ferkel für eine Beziehung besteht dann bin ich mache ich eine paradigmatische Analyse ja gut also wir sehen Saussure hat hier so ein Gegensatzpaar wir hatten vorhin schon ein Signifiant die beiden Seiten des sprachlichen Zeichens und hier haben wir jetzt syntagmatisch und paradigmatisch auch wieder so ein Gegensatzpaar und das ist typisch für den Strukturalismus da schafft immer so Paare die gegeneinander abgegrenzt sind und diese Paare haben auch einen Namen wenn ich das in meinem Folien habe ich schreibe es mal an Dichotomie Dichotomie da hat mich heißt das Zerschneidung Dichotomie Dichotomie kennen Sie aus Anatomie oder sonst was geht es immer um Schneiden Dichotomie und da sollen die Dinge eben in zwei Teile geschnitten werden also die grammatische Beschreibung in syntagmatisch und paradigmatisch oder sprachliche Zeichen in Signifiant Signifiant und das Phänomen Sprache soll auch aufgeteilt werden in Lange und Parole Lange und Parole und auf Deutsch sagt man Sprache und Rede oder auf Englisch Language und Speech Was ist der Unterschied? Naja die Sprache oder Lange oder Language das ist das Sprachsystem Saussure sagt Also das System wo alles zusammengehört das System wo alles zusammengehört das Sprachsystem in der Tat das hatten wir bei den Sprachdefinitionen Sie erinnern sich beim letzten Mal diese Sprachdefinitionen da ging es immer wieder um das den System Gedanken und so sieht das auch Saussure die Sprache ist ein System Ich hatte es vorhin ja auch angesprochen mit den Werten die die Zeichen haben im Vergleich zu anderen Zeichen da sieht man ja das Systematische und dass es Oberbegriffe und Gegenbegriffe gibt und die Begriffswelt sich so in bestimmter Weise aufteilt da sieht man eben das Systematische das System und das Interessante nun ist dass dieses System außerhalb der Zeit existiert und dann sobald die Zeit anfängt zu laufen verändert sich etwas ich sage einmal A und beim nächsten Mal sage ich A A A klingt da nicht mehr genauso und da sieht man schon es ist Zeit vergangen und plötzlich ist es anders je mehr Zeit vergeht umso mehr Veränderungen finden statt auf allen Ebenen der Sprache das heißt das System ist nur zu greifen wenn man von der Zeit absieht das ist auch eine ganz praktische Sache wenn wir sagen das moderne Französisch ist das moderne Französisch oder sagen wir mal noch besser das zeitgenössische Französisch ist das zeitgenössische Französisch nur das Französisch von 2023 oder das Gegenwarts Französisch das Staatsexamen zum Beispiel schreibt vor dass eine Aufgabe gestellt werden soll mit einem Text der Gegenwartssprache ja was ist nun die Gegenwartssprache wenn das jetzt ein Text ist von 1983 ist das noch Gegenwartssprache oder nicht naja und weil da schwierig ist und da ist ein Text von 2019 Gegenwartssprache oder nicht und 2019 war vor Corona und da hatten wir zum Beispiel viele Wörter und Begriffe die in der Corona-Zeit gekommen sind noch gar nicht ist dann die Frage ist das Gegenwartssprache ja und deshalb hat man sich oder schlägt eben Saussure vor und das ist dann allgemein übernommen worden dass man eben von der Zeit absehen soll und einfach sagen soll wir haben bestimmte Abschnitte in der Zeit die betrachten wir als außerhalb der Zeit stehend als synchron als gleichzeitig im Gegensatz zu den Dingen die im Verlauf der Zeit also durch die Zeit geschehen also Sprachwande ist Diachron durch die Zeit und nicht Synchron Synchron der Absicherung der Zeit manchmal denken die Leute Synchron sei die Gegenwartssprache aber Synchron sind alle Schnitte und insbesondere wenn man sowas betrachtet wie das Altfranzösische oder Altspanische oder Altitalienische dann hat man ja sogar einen ganz großen Zeitraum die Altfranzösische Zeit die ersten Texte sind aus dem 9. Jahrhundert die wir haben und das Altfranzösische endet mit der Renaissance also in 1500 das heißt also wir haben wir haben eine ganze Zeit wo das ja wo das Altfranzösische also mehrere Jahrhunderte lang existiert und natürlich nicht immer gleich ist obwohl es schriftsprachlich ist also gesprochen sprachlich wird sich das natürlich noch mehr verändern aber auch wenn es geschrieben sprachlich ist ist das nicht immer gleich und dann kommt noch dazu dass man dann sogar verschiedene Schreibtraditionen des Altfranzösischen zusammenfasst das gleiche bei Altitalienisch etwas weniger bei Altspanisch da ist vielleicht weniger Wandel da aber es sind auch mehrere Jahrhunderte und natürlich ist auch das Altspanische nicht immer gleich aber davon sieht man ab wenn man die Grammatik des Altfranzösischen oder die Grammatik des Altspanischen beschreiben will und dann sagt man das ist irgendwie alles synchron und es geht uns ja nur um die Sprache als System um das was man systematisch beschreiben kann im Gegensatz dazu das was man im Deutschen manchmal als Rede bezeichnet auf Englisch Speech und auf Französisch Parole sind die konkreten Spracheereignisse und jetzt sehen Sie schon die Bezeichnung Speech oder Rede passt nicht so weil die konkreten Spracheereignisse natürlich sowohl mündlich wie auch schriftlich sowohl gesprochen sprachlich wie auch geschrieben sprachlich geschehen können weshalb es passt Rede nicht so gut Parollen ist davon etwas abstrakter und wenn wir uns die konkreten Spracheereignisse anschauen dann sehen wir halt immer Schwankungen jedes Mal wenn eine Person einen bestimmten Laut äußert klingt der etwas anders besonders deutlich bei den Vokalen das A A A A immer etwas anders davon sehen wir aber einfach ab oder wenn man schreibt schreibt man die Buchstaben auch immer etwas anders und ja man macht vielleicht auch Fehler selbst wenn man sich viel Mühe gibt und von den Fehlern sieht man auch einfach ab am Ende überhört man sie einfach wenn man transkribiert wir hatten das in der Phonetik da habe ich ja einen Beispieltext den unsere Lektorin eingesprochen hat und die hat sich sehr große Mühe gegeben aber an zwei Stellen hat sie sich glaube ich ein bisschen versprochen also aber das ist dann etwas was man übergeht das sind eben Phänomene der Rede der Parole die man für die Betrachtung der Grammatik einfach außer Acht lässt und da sehen sie dass im Grunde der Strukturalismus ein wenig wie eine Trickserei erscheint denn alles was wir nicht gut beschreiben können das wird aussortiert wir haben sozusagen zwei Körbe das was systematisch zu beschreiben geht das kommt in den Korb Sprache und das also die Versprecher und all sowas das kommt in die in den Korb Parole und wird nicht weiter betrachtet das ist natürlich nicht unbedingt so gut kann man da irgendwas zur Ehrenrettung der der Strukturalisten sagen ja kann man man kann nämlich die Grenze zwischen dem systematischen und dem konkreten Sprache Ereignis gegebenenfalls etwas verschieben das haben manche Leute gemacht auch Leute die sich mit Soussia auseinandergesetzt haben zum Beispiel hat man in den ja ja in den 50er 60er 70er Jahren also insbesondere in den 16er und 70er Jahren sich in Frankreich sehr stark beschäftigt mit der Linguistik von Fehlern also Fehler sind natürlich eigentlich in der Parole anzusiedeln und damit nicht systematisch beschreibbar man hat aber erkannt auch schon in den 50er Jahren dass eben Fehler auch einer gewissen Systematik unterliegen und hat dann tatsächlich eine Grammatik der Fehler schreiben können also hat den Systemcharakter von Fehlern erkannt und das ist sehr interessant also französischen von einem Herrn Frey oder Frey geschrieben La Grammaire de Fut und da sieht man eben La Grammaire die Grammatik das muss sich immer auf was systematisches beziehen und er hat tatsächlich systematische Aspekte von Fehlern erarbeiten können und dadurch eben diese Trennung zwischen Long und Parole nicht überwunden sondern einfach verschoben das ist glaube ich das Interessante ja bis hierhin erstmal Gegensatz Paare die von Saussure selbst stammen und er hat vor allen Dingen solche Dichotomien vorgenommen das hat man später dann aber noch weiter entwickelt oder fast zur gleichen Zeit der Strukturalismus ist zwar in Genf bei Saussure entstanden aber ziemlich gleichzeitig aber dann auch in der Rezeption von Saussure auch in Amerika von amerikanischen Strukturalismus und da hat doch andere Gegensatzpaare gefunden nämlich das Gegensatzpaar von Types und Tokens mit Tokens gibt es eine deutsche Übersetzung nämlich Vorkommen Vorkommen und bei Types ja manchmal liest man Typen was es ist sehen wir gleich schauen Sie sich das erste Beispiel an da habe ich etwas transklimiert nämlich das Wort Fensterbrett ja und in Schrägstrichen erkennen Sie das ist eine phonologische Transkription und jetzt stellt sich die Frage wie viel Phoneme sehen Sie naja die Schrägstriche fehlen mir natürlich nicht der Akzent da am Anfang gilt als Suprasegmental wird also auch nicht als Phoneme aufgefasst und dann kommen die Phoneme Al was haben wir da also den labialen fregativ dann einen vorderen halb offenen ungerundeten Vokal dann den dentoalbiolaren nasal dann dentoalbiolaren fregativ dann stimmlos dann dann haben wir den dentoalbiolaren stimmlosen exklusiven dann wieder einen Vokal also halb offenes halb offener vorderer ungerundeter Vokal dann einen stimmhaften ovularen Frikati der sich je nach Gegend noch anders verhält das ist ja hier die phonematische die phonologische Schreibweise oft wird er vokalisiert realisiert aber zugrunde liegen können wir da erstmal diesen R-Laut annähen dann haben wir den bilabial stimmhaften explosiv dann wieder den ovularen infrikativ dann wieder den halb offenen vorderen ungerundeten Vokal und nochmal den labialentalen explosiv also wenn sie das durchzählen müssten sie auf elf phoneme kommen und zwar elf vorkommen sogenannte tokens und wie sie schon gemerkt haben manche phoneme kommen mehr verfahren und wir können uns auch die frage stellen wie viele verschiedene phoneme haben wir da vorliegen und das ist die frage nach den types also wenn ich sage wie viele verschiedene x habe ich geht es um die types gibt es einen deutschen nicht unbedingt so eine schöne übersetzung anstatt von typen zu sprechen wird dann immer gesagt wie viele verschiedene phoneme oder wie viele verschiedene morpheme die morpheme kommen gleich sind dort zu finden also es sind jetzt nicht elf sondern einige kommen mehrfach vor und wenn wir jetzt nochmal zählen kommen wir auf sieben mal gucken eins zwei drei vier fünf den hatten wir schon sechs sieben hatten wir schon hatten wir schon hatten wir schon sieben types also sieben unterschiedliche vornehme und klar ist das was anderes das sah jetzt sicherlich sehr primal aus jetzt wird es aber schwieriger wenn wir das gleiche mit den morphemen machen ja tokens kein problem eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht ein mann und eine frau und ein kind sind acht und jetzt aber bei den types jetzt können wir ja hergehen und sagen ja gut ein mann und eine frau und hatten wir schon ein hatten wir schon und kind sind sechs aber es ist leider nicht ganz so einfach einfach denn eine ist kein kleinstes zeichen das kann ich ja trennen da sind offensichtlich zwei morphemen vorhanden einmal ein was wir dann schon mal hatten und das feminin merkmal e also wenn ich das jetzt trenne hier mit dem Bindestrich dann habe ich ein mann und ein hatten wir schon ö hatten wir noch nicht frau und hatten wir schon ein hatten wir schon ein kind also auch sechs aber ist jetzt anders gezählt und das ö ist jetzt hier morphem und ein haben wir dann insgesamt dreimal aber haben wir ein wirklich dreimal müssen wir dann nicht auch noch was hinterfragen ja denn das ein ist nicht immer dasselbe machen Sie sich das mal an ich habe denn jeweils noch die Bedeutung drunter geschrieben ein ist indefinit pronomen idf aber das erste ein und das letzte ein sind nicht genau dasselbe denn das erste ein ist das maskuline indefinit pronomen und das letzte ein ist das neutrum indefinit pronomen das ist das Kind und der Mann und ein naja da fallen halt die beiden zusammen bei ein bei der Frau da aber nur indefinit denn das Genus kommt durch die Endung hinzu aber bei einem Mann und einem Kind ist das Genus schon irgendwie mit drin dadurch dass da keine Endung ist bei der starken Deklination sieht man da auch was einer und eines gibt es da aber hier haben wir natürlich bei den Determinanten die schwache Deklination und da ist ein und ein gleich und wenn wir jetzt die Bedeutung mit dazunehmen dann sind das ja unterschiedliche dann sind das ja eigentlich drei unterschiedliche Morpheme denn das erste enthält das Maskuline das letzte das Neutrum da kann man sagen ist irgendwie zusammengefallen ein ist Maskulin und Neutrum vielleicht zusammen und es doch irgendwie zusammenrechnen bei eine ist ein aber nur indefinit kann man unterschiedlich zählen ich kann zum Beispiel die fehlende Endung bei Maskulin und Neutrum als Null Morphin zählen wenn ich möchte dann habe ich wieder eine andere Zahl dann müsst ihr nämlich die Nullen also noch mitzählen oder ich mache es nochmal anders also wir können ja mal probeweise jetzt das mit dem Null Morphin ansetzen dann haben wir ein dann haben wir die erste Null die Maskulin bedeutet Mann und ein hatten wir schon ä nein Frau jetzt ich eigentlich verzähl Moment eins eins zog eins zog drei vier einen hatten wir schon ist fünf Frau ist sechs und hatten wir schon einen hatten wir schon jetzt haben wir bei den Neutrums Null sieben Kind ist acht wir haben dann acht Morphäme haben wir die Null zehn und jetzt zählen wir nochmal anders wir nehmen jetzt mal an es gibt keine Null Morphäme Sie sehen schon was rauskommt hängt von unserem Modell ab wir sagen jetzt in unserem Modell gibt es kein Null Morphäme dann müssen wir annehmen dass ein und ein jeweils unterschiedliche Morphäme sind also dann haben wir ein das maskuline Mann und ein jetzt nur indefinit feminin Frau und hatten wir schon ein jetzt Neutrum Kind sind auch acht so jetzt können wir noch die Auffassung haben dass wir das ein immer gleich zählen also sagen maskulinum und Neutrum werden gar nicht gekennzeichnet hier sondern wir haben ein und nur beim femininum haben wir diese Endung Das heißt also wenn ich es richtig sehe kommen wir dann wieder auf sieben Ich kann nochmal durchgehen ein Mann und ein hatten wir schon ä Frau und hatten wir schon ein hatten wir schon Kind ne sechs warum sieben sechs und eins sind sieben also sechs haben wir jetzt und sieben haben wir dann wenn wir das indefinit maskulinum und Neutrum zusammenzählen und ein als Wurzel nicht dazu zählen also sechs bis sieben Sie sehen auf jeden Fall das Zählen von Morphemen ist schwierig und deshalb wenn sie irgendwo mal in einer Klausur die Aufgabe bekommen Morpheme zu zählen sollten sie die immer angeben auch und kommentieren denn da ist es sehr stark abhängig von den theoretischen Vorstellungen wie sie zählen ja sie haben eine Frage von